Herzlich Willkommen bei Sturm für Sturm. Ich bin der Nissan Raider und heute wieder mit einem neuen Let's Play zu Marvel Heroes. Wieder mit dabei, Gleason und natürlich auch auf seinen Bildschirm. Hallo. Hallo. Mensch, du tanzt so schön mit dem komischen Rock. So, ich glaub mal, sollen wir zu den Jersey Dogs? Auf zu den Jersey Dogs. Und den Hood finden und töten. In the Hood. Ab in the Hood. In the Hood. Yo, yo, yo. In the Hood. Ich sag Popo. In the Po. Popo. In the Po. Sag Wo, wo. In the Po. Sag Wo, wo. In the Po. Kennst du das? Nein. Also so einen Schund höre ich mir nicht an. Kennst du nicht South Park? Ja, South Park kenne ich, aber das habe ich wohl verdrängt. Moment. Ich dachte, das wäre sowas wie der Hackfleisch-Song. Alles wird aus Hack gemacht. Ich sag guten Tag. Obwohl das so trashy ist, dass es wieder gut ist. Hack. Hack. Wie bist du? Bist du noch nicht bei den Jersey Dogs, oder was? Ich bin noch im Ladescreen. Ha! Ja, eine Million Euro für den Rechner bezahlt und trotzdem nicht geiler. Ich glaube, das hat weniger mit dem Rechner zu tun, als mit der Internetverbindung. Oder mit Fraps. Na, da hatte ich bisher nie Probleme gehabt. Oder das Spiel hat sich aufgehangen. Glaube ich nicht. Ja, ich graue mir noch so lange in die Eier, ne? So, Mann, mach endlich. Tu es, tu es. Da, ich sehe dich jetzt. Ich sehe mich noch nicht. Ich sehe dich. Jetzt sehe ich ja schon. Yay. Action. Boah, das ist doch mal Wasser, wie man es aus dem Film kennt. Das sieht aus wie in der Flensburger Förde. Jersey, ne? Das ist der Jersey Sengende, ne? Aber ich bin der Gewittersturm. Was ist hier, Lord? Aimen soll da. Wir müssen hier oben hin. Wir müssen hier oben hin. Das halt. Wir müssen hier oben hin. Da will ich aber nicht hin. Da sind hier schon alle am rumballern und rum. Spider-Man. Iron-Man. Oh, alle sind hier. Da. Shield-Agent schlechter. Ich hänge fest. Okay. Wo müssen wir? Nach hier. Nach oben. Was ist das denn hier für ein Typ? Ach so, der verkauft mir die Pickets. Kaufen wir mal ein paar. Ich habe schon noch 13 Stück. Man kann nie genug haben. Ah. So. Okay. Ich glaube, wir müssen nach oben, ne? Oh. Captain America. Hey da. Ich habe die ganze Zeit die Shield-Agent. Ich kann schon mal sagen. Helfe 5. Kurze Pause. Ähm. 5. Ist das nämlich. Ah ja. Ich habe hier ein neues Skill. Zack. Den nehmen wir nochmal. Und. Zack. Den nehmen wir nochmal. Confirm. Guck mal. Wo bist du? Da. Wo bist du? Oh. 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 Was ist das? Was ist das? Das sind was? So ein T-Rex. Geil. Was ist das denn? Wie geil. T-Rex-Raketen. Wer kommt auf so einen Scheiß? Gut. Oh Gott. Kaputt ist er. T-Rex-Raketen. Das finde ich ja geil. Oh guck mal hier. Ich habe irgendwie. Rechts wird irgendwie bei mir. Was angezeigt. Ja aber oben links waren noch T-Rex-Raketen. Oh. Aber hier ist wieder was neu. Was ist das? Hä? Ich sehe nichts. Da hinten. Da. Hier. Da. Oh. Ist schon kaputt. Ne. Hä? Ist das hier vielleicht ein World-Event oder sowas? Weiß ich nicht. Oder wir müssen warten bis der Boss wieder da ist. Oder sowas. Oh wir haben. Wir haben nur. Das geht auf Zeit. Wir müssen Aim-Death-Machines erledigen. Komm mit. Was? Guck mal. Es geht hier alles auf Zeit. Wo siehst du denn die Zeit? Ach da unten. Ach so. Ne. Jetzt geht es weg. Hä? Ach da. Dame. Wir müssen hier alles auf Zeit kaputt machen. Ach so. Wahrscheinlich die, die ganzen Kartons rauskommen hier. Ja. Shit-Container. So nennt sich das. Da. Bam. Ja, ein World-Event. Ach so. Herzlich willkommen bei unserem ersten World-Event. Ja, wir haben es geschafft. Okay. Und du? Da ist irgendwie rechts runter. Da gibt es Quest-Belohnung. Danke für die Unterstützung. Oh, die P-gibs. Wo ist der Typ? Hier unten rechts. Höch, hier ist Venom. Hier ist Venom. Was? Wie will ich? Krass. Hier ist Venom. Oh Gott. Wo ist Venom? Wo ist er? Wo? Ach so. Oh Gott. Scheiße. Wo kommen all diese Faker her? Ich seh' überall Storm. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er ist weg. Hier. Nee, das ist nie erkennt. Auf dem Hintenfall. Da, da. Einfach der Horde folgen. Ja. Scheiße. Ich seh' ich seh' ihn nicht. Der Volle. Wir stehen neben ihm. Ja, 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 ja. Ganz viele Venom-Stade hier. Also ich bin auf dem Echtchen drauf. Ja. Das schriegt sich hier durch die Fliegen. Wo ist er? Zack, jetzt ist er da hinten. Woin ist er hier? Join us. Geh. Wo ist der da? Nein, nein. Nein, nein. ich kann ja mein schein wo er hinten jetzt ist er weg oder was ich bin die einzig war gestorben wir machen auch die effekten vernetzen das ist ein AE-Effekt ja mein, hier hat er ein Spiel hier moin, ich will diesen Mutten auf den Draufbahn an, der mit der Stode jetzt sind wir nach oben los, schieß mal weiter, er ist schon längst weg ne, ne, ich hab mal vier ja, die Böse gibt es schon ist er, ein Reiser oieieiei ah, er hat mich gepocht wir haben ihn eingetreuert ich darf sagen, wir haben ihn eingetreuert o, da ist ein Leckton zurück oh, da ist ein Leckton zurück da ist er will der von mir? da ist das nicht oh, da ist er oh, da ist er über die Hälfte das ist ja widerlich was? ah, Venom gibt er in der Nase neee das war glaub ich das war glaub ich gerade was ist das denn? ah, er verfolgt mich er ist wieder oben oh Gott, ich bin ja fast tot muss ja mal ein bisschen mehr leben muss ja mal ein bisschen mehr leben oh, ich bin raus ja, jammer oh, ist das Sünde oh, das werden auch nur mehr Spieler ne wie die Motten blicken die wollen ihn alle ziehen wo ist er? uieieieiei ich muss da rauf ja, siehst du das unter seinem Namen? Event-Boss steht er oh, oh, ich bin gleich tot ja, pass doch bloß auf hier ist nichts direkt auf die letzten Wädern hier oh, was will er von mir? hey, wo ist er hin? er ist ums hey, Joyner Joyner ist am Arsch ist er da oh, 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 oh Kontrolle, ich muss ihn oh, oh, oh what ca-ohlee wir wollen bling, 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 bling wir leveln die Leute ab oh extra damage, ja, extra experience so, ich sehe irgendwas geiles ich habe gerade vor das leben gerettet das wollte ich schon immer mal sagen okay einmal kurz durchatmen wo bist überhaupt welche storm bist du denn die schönste ich habe dich gefunden ja krass unser erster world boss und ich fand das schön das mit ihr zu teilen ich auch ganz toll mit hier storm guck mal ich kann mich rollen rolle vorwärts müssen hier ich glaube wir müssen da rein oder private privat club je aber da hat es bei dir gerade eben geruckelt in der jetzt sozusagen im world boss kampf genau leicht sag ich mal nein also auch vielen dank hier das wird jetzt langsam schwieriger hier ich habe das haben wir gewonnen und für uns wir sind und ich glaube wir es sind in einem auch ich bin rausgegangen ich komme gleich wieder Euro ich komme mir schon mal wieder ich bin ich bin ich bin wir machen steffen wir stehen nach dem steffen Stefan. 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 Wie ist denn hier Stefan? Stefan. Wie der auch mal nichts macht? Wie bitte? Was denn? Bist du tot? Der hat mich mit einem Schlag. Ich hatte noch über halbes Leben. Komm mal rein, rette mich. Ich soll reinkommen und nicht retten? Ja, ich bin wieder in Belale, bitte. Ich bin gleich drinnen. Ja, du hast noch 2 Minuten. Oh, und wie rette ich dich? Anklicken. Und dann? Dann kommt ein Ladebildschirm und dann bin ich gerettet. Hoffentlich. Oh geil, kann alles. Der ist Stefan da, der hat mich getötet. Oh, Alter. Stefan. Toter Stefan. Wow. Böser Stefan. Ja, also die Schwierigkeitsgrad steigt jetzt doch jetzt langsam mal, ne? Zu Glück. Ja, aber ich denke mal, das waren so elitigig, ne? Ja. Nimm das Barhocker, Mann. Toolkiste. Und, uh, Grill. Ihr hört. Oh, der ist... Oh, guck mal, da ist eine Tour. Eine Tour? Wow. Wow. Oh, ich hab was Legendäres gefunden. Ist das hier legendär? Weiß ich nicht. Also, nix legendäres hier. Was lilan ist, ne? Alter, geile Scheiße, ey. Kann ich das irgendwie posten? Warte mal. Geht das so wie bei... Zack. Nee, geht ja nicht. Oder? Zack. So. Nee, geht nicht. Keine Ahnung. Kannst das hinwerfen? Kann ich das denn aufsammeln? Nein. Weiß nicht. Jetzt hab ich auf jeden Fall... Ich sag mal so... Plus 25 Defense. Hier... Siehst du das, was ich gerade hingeworfen hab? Ja. Achso, dann kann ich das... Dann schmeiß ich das auch einmal hin. Hä? Nein. Jetzt ist es weg. Siehst du das? Nö. Oh, oh. Nein, ich hab's kaputt gemacht. Die Blätter im Wind. Ich hab's kaputt gemacht. Nooo. Wie geil. Ich guck doch mal in die Mitte. Aber nö. Ich glaub ich hab's nicht eingesammelt. Geschickt. Ach, Mann. Oh, 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 Mann. So, muss einfach mal das ganze... Oh, Medi-Pack. Ist hier noch irgendwas hinter der Bar? Eine geheime Tür? Vielleicht mal Kirche. Können wir das noch... Was war das denn für ein Teil? Äh, auch für deinen Charakter, oder? Es war... Es war... Es war... Genau. Es war lila. Es war so... Oh, Mensch. Hi. Ja. Wissen wir das für die Zukunft? Ne? Ähm. Nein, ich ärgere mich jetzt nicht. Äh? Das gehört dazu. Ach, drei Level weiter? Das hättest du eh nicht mehr angehabt. Oh. Das war schon ziemlich fett. Dann spielst du nur ein paar Tage mit und dann landet ab in der Ecke. Jo. Und dann ist es kaputt. Ich hab's kaputt gespielt. Dann war das aber keine gute Qualität, wenn du das nicht mal zwei Minuten hattest und das ist schon kaputt. Aber das ist ja doof, ey, dass du das... Mhm. Also irgendwie... Wie hast du das denn rausgeworfen? Ja, einfach rausgekickt, ne? Einfach hier aufm Bogen nehmen die linke Maustaste und dann einfach aus dem Menü rausgezogen. Genau. Jo. Weil das war vorher mich gebunden, wahrscheinlich. Ach so, ja. Hm. Alter, ich werde hier verbrügelt. So, warum? Ich will das doch nicht los. So, wir müssen ja hier hoch, ne? Oder... Also jetzt fängt's an, ein bisschen unlogisch zu werden. Ja. Wieso? Na, der eine Typ hatte ein Schild gehabt. Hast du ja auch gesehen. Ein Typ, die mit den Schildern rumlaufen. Da oben rechts ist noch einer. Ja. Der hatte sein Schild halt, äh, sozusagen auf, äh, Defense-Stellung gehabt. Du hast ja abgewehrt. Er hat ja jemanden abwehrt. Und, äh, mein Blitz trifft ihn nicht. Ja. Was ist denn das für ein Widerfilt? Das ist ein Widerfilt. Oh, oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist da denn los? Was? Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall haben die ganz viel Damage gemacht. Meine Güte. Hä? Ich hab ein altes Video gefunden. Ein altes Video? Ja. Schau mal, kurz ein Inventar, na? Hast du auch eins gefunden? Ähm, ich hab ne Karte. A random pack? Eine Fortune Card hab ich gefunden. Aha. Right click to revail. Unclaim your reward. Possible rewards. One of five exklusive Kostüme. Ein random pet. Ein dekoratives Artefakt. Matrix of Unbindings. Super experience boost. Super rarity boost. Alter, das ist ja richtig geil. Also nur Zauberwürfel ähnlich, oder? Also das macht... Ich schau mir mal eben das Video an. Eben mal kurz Stille. Mhm. Und das passiert nichts. Ich schau mal mit der rechten Maustaste drauf. Um dir das Video anzuschauen, klick mit der rechten Maustaste... Wahrscheinlich kannst du das... Wahrscheinlich kannst du das nicht hier machen. Will ich aber. Ja. Weil du hier jederzeit angegriffen wärst. Kann sein. Der ist schuld. Ich kann mir ein random... Ich hol mir jetzt ein Kostüm. Oder was anderes. Aber hilf mir erstmal. Ah, das geht jetzt doch schon. Ich bin doch schwerer als ich dachte. Ja. Ja, der ist Schwede. Letzte Serie. Beschwimmen wir uns noch darüber. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Viel zu easy hier. Ja. Aber das ist jetzt schon hier... Magik an oben. Bam. Alter. Oh shit. Oh shit. Boah, Alter. Süß. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Huah. Achso. Ich darf grad sagen, was wir was tun dafür fallen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaub wir müssen einfach mal weiter. Weil die spawnen hier immer wieder. Komm. Ich glaub wir müssen hier links. Oh. Der ist tot. Kann man den wiederbeleben? Ja. Ich kann jetzt nicht. Ich auch nicht. Hm. Ja. Achso. Hier müssen wir rein. Ähm. Ich will glaub ich ein Kostüm haben. Wart mal. Kann ich mir noch was holen? Rarity Booster. 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 Brauch's nicht. Matrix auf andere. Zack. Mal in sechs. Großer. Hey, Yves. Achso. Das hat irgendwas ausgewählt. Das konntest du dir ... Deine Wut ist wie doch. Er war zufällig ausgewählt. Aber ich bin deriterate will. jetzt habe ich experience boost ab geht die post das taskmaster ja mein 1980 da war ich noch nicht mehr geborene wo steht das denn ich hab da unten nur irgendwie um deine mission ziele zu sehen drücken so wie hier vielleicht rein ja wir sollen hier glaube ich sind wir so viele wir sollen da gar nicht rein der der fragezeichen feier wenn wir in die ecke gehst er geht wieder zurück aber ich will eben mal kurz zurück ich weiß ja nicht ob ich hier wieder hinkommen mir das zurück vielleicht kann ich mir hier das video angucken ich will ich will ich will ladebildschirm hockei toll ich dachte ich kann mir ein kostüm aussuchen aber das blinkt doch hier wir müssen weiter gucken obwohl einmal die taskmaster lassen die viele taskmaster wir müssen da rein hier ist ein quest ich gehe noch mal ich lade wieder rein so toll ich bin jetzt immer noch im lade springen ja für seppert avengers so ich bin wieder drin ich bin draußen so dann gehe ich mal wieder rein hallo taskmaster so was nehme ich denn noch wo gehört denn der taskmaster dazu ist er von ähm Captain America quick arrow oder von wem ist der der äh bösewicht das weiß ich nicht bin ich ehrlich gesagt ich bin drin ich bin drin ich bin drin so kommt wir ach ne da oben sind wir auch schon na okay wir sind hier anscheinend mit mehreren leuten drinnen wie ich sehe ach da ja links ja nix noch nix noch nix noch guck dir das mal warum baut man sowas jetzt mach ich erst mal was das ist doch so ein ding verstehe das nicht wie soll man da überhaupt rüber laufen so von der seite das verstehe ich nicht ich glaube wir müssen nach oben oh guck mal da kämpft schon jemand gegen den taskmaster ich glaube wir müssen denen helfen da ne das glaube ich nicht doch das glaube ich schon ich kann mir gut vorstellen da ein fragezeichen überall sandsäcke das ist nochmal so ein teil warum braucht man so viele davon wir kommen wir retten euch oh guck mal der eine stirbt schon der hulk ist tot ja da geht oh gott wie viel damage man also wie viel hater denn aus ne das sind viele leute ne oh 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 wo was so ein damage was so ein damage ja toll da laufe ich genau rein nur noch das ist kein agro mehr kannst du mich retten ja ja ist da scheiße habe ich abgebrochen jetzt was die stadt er das so schnell blöder diskus da vorsicht hat sich an die ja eigentlich vor wo ist denn der halk tot wahrscheinlich oder er kommt er kommt wenn er da ist haben wir keine probleme mehr warum steht da einfach nur rum aber doch ja 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 ja